Ich schick nochmal, so lange können wir ja mal ne Runde zocken. Ja, Fortnite. Ja, Siegesmelodie. Maeve kriegt das langsam in den Griff. Ich darf ja nichts allzu laut. Weil sie gerade Entspannung macht und unser Haus nicht gerade gut gebaut ist. Ja, man... nicht ganz Papierwände, aber geht schon in diese Richtung. Papierwände in Deutschland, also das ist nicht ganz so schlimm. Nee, er wohnt ja nicht in Deutschland. Ich bin ja Schweizer. Schweizer? Ein Schweizer? Er schwitzt sehr viel. Ja, Schweizer bin ich. Er schwitzt lustig. Er schwitzt halt gern. Ich kann nur Schweizerdeutsch reden. Kein Problem. Ja, für dich nicht. Der versteht mir ja nichts mehr. Warte. Dann müsst ihr Schweizerdeutsch lernen. Ah, warum kann ich jetzt doch mit dem Mausrad die Waffen wechseln? Will das Spiel mich verarschen? Ja. Das ging die ganze Zeit nicht. Ja, aber ist ja gut. Wenn du bist glücklich und du kennst, wir kläppen deine Hände. Ja, wo wollen wir hin? Zum Blauen oder zum Violenten? Ich hab schonmal... Ich spring einfach hinter euch her. Ja. Ja, gut drauf. Gut, dann gehen wir da rüber. Cottbus hat die Markierung aber auch am Arsch der Welt gemacht, wo nichts ist. Ja, da kommen wir gar nicht hin. So, mit meinem Ghost Rider Moped bin ich unterwegs. Aha. Aber das ist nicht der Ghost Rider Moped, den du hast? Sieht aber so aus. Ich hab das Ghost Rider Moped. Ich bin zu tief. Du bist schuld, dass ich keine Orientierung mehr hab. Mhm. Bedanken sie sich bei der Deutschen Bahn. Jetzt lande ich hier und werd direkt abgeknallt. Neuer Abonnent. Oh, ich kann's. Oh, Mia. Das ist sehr nett von dir. Vielen Dank. Ich hab keine... Ich hab keine... Ich hab keine... Abonnenten. Im Waffe? Mhm. Das hat viel klein. Das hat viel klein. Das hat viel klein. Keine Muni mehr. Verdammt. Verdammt. Da war eine Katze. Eine Muschi. Eine Muschi zu. Eine beharrte oder eine rasierte? Das war eine beharrte. Das war eine beharrte. Ja. Naja, solange offiziell niemand weiß, die Art Kurt Bus ist, also der Junio. Ja, er hat sich nie dazu geäußert. Das ist eigentlich von Vorteil. Dann kann, äh, kann niemand... Baddies? Ja. Kann niemand meckern. Habt noch einen? Was höre ich denn da? Oder wo höre ich das? Was denn? Irgendwo steht ne Truhe. Ich glaub hier auf dem Dach. Oh, nee. Maeve hat schon wieder... Es sieht lustig aus, wie Maeve auf der Stelle rennt. Oh, ist er schon wieder weg? Ja, Maeve macht grad den Michael Jackson vorwärts. Hehehe. Das war'n der Sunwalk an Stock Moonwalk. Gibt es nicht mehr da. Ja, die schnapp ich mir jetzt. Hehehe. Hehehe. Komm, komm, komm. Lad nach, lad nach, lad nach. Oh. Nee, er ist wieder da. Oh, Harley Quinn. Schießt sich ja nur ungern ab. Musst du aber. Ja, eben. Es tut mir echt leid. Ich mag die. Tot getötet. Jo. Jo. Die starben waren. Ja, ich hab' deine Kuh in Ehren drauf gesammelt. Ja, ich nicht. Ja, du bist blöderweise nur am Arsch der Welt. Wer ich? Au. Au. Ah, nee. Oh, nix. Ein, ein Schnipper. So, wie der Fortnite nicht ab zwölf. was haben wir denn was haben wir denn hier sehen genau wer hat ja das glück alter was sind das hier für luschen ich baller hier ein nach dem anderen weg das bin ich ja gar nicht gewohnt wo sind wir denn hier gelandet ich höre gerade entspannende musik von meinem bank ach ja ich sehe ich sehe ach stimmt da ich schaue ja zeus zu ich bin es wir sollten mal richtung zone übrigens jetzt wo ich den trissor offen ich glaube gott bus hat jetzt auch internetprobleme meinst du ja er läuft gerade mich auch hat michael jackson mäßig ergerlich ja wenn ich wüsste wie ich hochkomme würde ich gerne helfen ist aber gerade schlecht auf die eisenbahnbrücke ich sehe da jetzt mal jemand war nicht nicht mehr zurück was hier denn los ich gehe schon mal zum tor um es sind welche ja die habe ich gleich erledigt jawohl gott traumhaft hier oben sind übrigens noch weg gegner oh sniper das hier läuft das ist ja unglaublich da kommt was ist da corpus tresor ist offen falls du mich hörst also du wirst mich hören ihr solltet vielleicht mal hier hoch kommen die strom kommt gleich storm ist kommen ja ihr solltet euch beeilen ich bin da dann kommt mal her ich behalte die knurre die ist gar nicht so verkehrt kann auch hier rein kommen runter ah da liegt ein legendärer sniper cool cool so beautiful so mal durchladen hier so okay und wir müssen wieder weiter so ne brauchen wir nicht wir müssen Richtung Zone kopf kurz kurz schnappt sich immer die Flügel ne hh 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 lustig wo sehe ich das dann das erste faden kreuz oder das zweite das erste wahrscheinlich noch da habe ich fünf ein auto warte auf kokus wir sind zwei sitze da kann sich ja oben drauf stellen das funktioniert nicht so schnell wie wir fahren ok bei der klasse ging es doch noch einer hier sind auch autos jede menge auch da läuft ein gutes lied im radio guter bieten schrott flinte höre ich nicht willkommen eingeparkt ja nice warum ist ja niemand kann doch nicht sein wo treiben die sich rum das ist mir zu ruhig irgendwo verstecken die sich doch ja da oben auf dem berg ja ich habe keine richtige ich auch nicht die treffen habe ich mich ich habe ein paar schlösser ja ja du hast deine flanke dahinten vergessen alter alles voll ich höre was die kugel nicht so hundertprozentig man muss ein bisschen abschätzen haben wir nicht mir als popcorn rausgeholt ja gut ich könnte jetzt auch paar körn rausholen und und ein paar körn futtern ich habe unten habe ich noch schokoladenkuchen ich war gestern auf dem geburtstag von meiner mutter natürlich direkt wieder kuchen mitgekriegt da werde ich vielleicht noch mal zuschlagen ich war gestern auf einer grillparty ja cool haben ein bisschen ich habe vorhin mit meinem sohn haben wir cheeseburger gemacht da habe ich auch noch welche bei mir ist einer ich dachte ich dachte das wäre einer von euch der auto fährt das ist der seelische beistand quasi ich mache jetzt gerade beträchtes trinken auto rausgesniped alter in your face ja ich muss mich zurückziehen ok wir kümmern uns um den rest ja da oben auf dem bx sind noch welche ja ich muss mich kurz hier ich brauche hier eine andere position das ist ein bisschen du gerade nicht verdammt kottos zwei ein braver junge nein ja das werde ich nicht schaffen das praktisch nicht wir sind doch ganz gut gelaufen bisher sogar ein battle pass aufstieg er braucht ja eigentlich nur bereit zu drücken dann bin ich ja automatisch dabei ja ja ich weide mal hier durch in die sky wo ist das moped ja das backblink gehört eigentlich nicht dazu aber es passt ganz gut wir sind noch nicht mal an der nächsten runde nicht wenn der bus rüber fliegt so viele maus habe ich gar nicht machte den brunnen kaputt die du mal schauen wo kicken wir für ford net quasi Ja, Ghost Rider sieht cool aus. Nur das Backblink gehört nicht dazu, aber passt gut. Ja, das passt wirklich gut. Bei seien, der Ghost Rider Backblink ist einfach nur ein kleiner Feuerball mit Ketten rum. Hm, das passt. Prost, Mia. Die Technoparty oder wat? Jo. Ich will Metal. Warte. Nee, der Land ist noch besser. Diesmal landen wir am Hotel. Ja, wo ihr jetzt bei Blauen oder bei Cottbus oder bei Lila. Also wenn ihr nicht sofort drauf gehen wollt, dann Lila. Ja, da will ich nicht in Cottbus. Das war ein Fehler. Dann lieber Lila. Weil lieber Safe spielen als gleich dauerhaft stehen. Genau. Aber auf dem Weg Cottbus zu treffen, können wir so viel looten, dann macht das so eine Laune. Und erst noch mit einem Motorradruppen fahren. Ja. Ich gehe mal da hin. Vielleicht finde ich hier was zu looten. In dem Tempel. Tempel of Doom. Der Land ist so provisorisch irgendwo und du holst Waffen und dann kommst du her. Genau. Das ist der Plan. Maeve ist schon wieder raus. Ach, was. Ich glaube, heute ist die Verbindung bei Cottbus und Maeve nicht sehr gut. Ja, dafür funktioniert meine. Also danke fürs Abnehmen, sage ich mal. Ja, ich hätte bisher auch... Oh, stimmt ja, die verkauften Scharfschützengewehr. Geil. Wolle Scharfschützengewehr kaufe. Ja, hab ich schon. Wieder rausgeflogen. Hab dann gemerkt. Ähm, Cottbus sagt das mal an meinem PC, dass er nicht immer verhindert beenden soll. Hm, Cottbus hat selbst Internetprobleme leichte. Nur bei ihm schmiedes ein. Ähm, ich gebe noch. Time for Gold. Bin ich jetzt allein hier gelandet? Oh, ein Schnaiper. Ein Schnipper. Einpacken. Was haben wir hier noch? Schnaiper. Äh, Schnipper. 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 Genau. Schnipperle. Schnippalle. Schnipp. Ja, geben Sie mir auch Schnippalle. Danke für deinen Follow. Das. Was? Was ist denn? Bei mir sind genoge Waffen. Ja, ich bin auch ausgerüstet. Was haben wir hier noch? Ein Piano auf dem Berg. Kann man machen, ja. Und hier zum Hüpfen. Wie hüpft? Die Frage ist, wer spielt das? Tja. Vielleicht ein Yeti? Ja, genau. Oder Reinhold Messner. Der Yeti-Jäger. Hey, Ballritter. Ja, logisch alles klar. Logisch alles klar. Muss ja, ne? Weiter gibt's kein, äh, Dingens, aber kein, äh, anderes Spiel, aber scheiß drauf. Molle ist nur einmal im Jahr. Ich war noch nie da. Ich auch nicht. Muss ich auch nicht haben. Oh, 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 oh. Ich glaube, aus dem Alter bin ich raus. Ich will mal nach Schweden hoch. Ja, ich auch. Oder Norwegen. Oder Finnland. Hauptsache Skandinavien, genau. Hauptsache schon kalt. Genau. Bist du eigentlich immer noch unterwegs, Ballritter? Oder bist du schon wieder zu Hause? Country Road. To West Virginia. To the place. To the place. All belong. West Virginia. Komm mal her, Michel. Hier. Es hätte ja sein können, dass du immer noch unterwegs bist, äh, deine Pokémon Ghosts zu suchen. Ja, genau, das wollte ich gerade holen, das, äh, Ding in hier. Ey, wir sollten mal vielleicht Richtung Zone wandern. Oh. Ja, aber nur kein Stress. Ich bin hier im Westen ganz, äh, zufrieden. Ich bin hier im Westen. Den Ästen. Ja, der Öst. East Coast. West Coast. Sweet home Alabama. Mhm. Alabama. Greenbow Alabama. Oh, cool. Rutschen. Hui. Aber auch nur fast. Ja, Stille mit Matt. Stille mit Matt. Nice to Matt you. Ich dachte, Kötter Tafel und Dup Dup Dup. Boah, was war das denn? Das war das FBI. Open up. Ja, ich kann gleich mir. Juhu. Wo geht man hin? Ah, da lang. Zum Turm. Nee, zum Türmchen. Türmchen? Antenne MV. Ha. Ja, ich will aus der Welle hören. Zugangskarte benötigt. Hatte jemand? Wer schießt da? Wer, wer, wo? Was? Ist nur eine kleine Hölle. Oh, oh, oh. Alter. Lade nach. Du kannst es. Ich weiß es. Jawohl. So. Noch jemand ein Problem mit uns? Oh, nice. Beautiful. Und da leckt er wieder. Oh, Cottbus. Wer leckt? Na, Cottbus. Ah, ne, jetzt wieder da. Noch. Läuft. Laufen wir mit? Ah, wir müssen Zaune. Ähm, ich bin aus dem Spiel geflogen. Ähm, äh. Schon wieder? Val Rita. Also, nie vorhin, weil, äh, weil, äh, weil, äh, ich werde gefragt, äh, warum? Achso, warum du nur zuguckst. Ja, genau. Hm. Ach, Mäk ist auch live. Und, äh, jetzt bin ich halt, äh, ja, logisch. Geld verdienen. Doppel-Fortnats-Sweem. Wer ist denn jetzt da unserer Gruppe beigetreten? Irgendjemand, der unknown ist. Hau, 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 hau. Alter. What the hell? Alter. Was zum Geier ist das? Ich komme das her. Ich bin mal stumm geschaltet, weil das ist ja, äh, total ätzend. Ich habe ihn gekickt. Kann man das nicht? Irgendjemand privat machen? Ja, den kannst du, äh, ein Ding, äh, ob du, äh... Nur mit Einladung. Ja, genau. So, gemeldet und blockiert. Sowas brauchen wir nicht. Ich gehe mir schnell was zu trinken holen. Ja, alles klar. Bringen wir was mit. Ein kühles Blondes, oder was? Ja. Da hinten ist Son Gucu. Wessen Sohn? Son Gucu. Ah, ach so, dieser rote Anzug, gelbe, gelbe Haare. Ah, ich kann mich da nicht aus. Ja, das ist... Einer da? Ich bin gerade auf dem Weg. Aber Kurt Bus ist bei dir irgendwo da näher. Egal, wie viele sind hier. Fliege, kleiner Wellensittich. So. Weg mit Fischen. Weg mit dir. Tot? Tot. Ich höre noch was. Da. Aber auch nur Spaß. Das hört sich vielleicht falsch an. Jawoll, Kurt Bus. Das ist sehr gut. Karma kommt umgegend. Kam, sah und siegte. Oh, ich höre ein Fahrrad. Ja, ich gehe ja schon. Ich bin schon die Gay-Klasse, weil ich gehe. Die Gay-Klasse? Nee, dazu gehöre ich nicht. Gay ist für'n Arsch. Jo. Seitdem mag ich noch keine Regenbögen mehr. Tja. Man muss ja alles so aufgedrängt bekommen, ne? Ja. Ja, passiert. Kann ich schießen. Kann ich schießen. Kann ich schießen. Geil. Hahaha. Geil. Schön beim, äh, beim Sliden. Einen abgeballert. Beautiful. Oh, da oben, links. Zwölf Uhr. I look so britisch. Britisch? Oh, hier auf'm Dach, auf'm Dach. Auf'm Dach, auf'm Dach, auf'm Dach. Ich hab grad was Falsches rausgehört. Ich hab' jetzt mal nicht, äh, was du rausgehört hast. Äh, nein, das ist bloß ab 18. Ja, ich weiß, ich hab' ihn gesnagt. Oh. Der hat ja eine gute Schritte. Ist er weg? Ich brauch' ein lecker Bierchen. Bierchen? Oh, ich seh' Gold. Und zwei. Ja, ich hab' jetzt noch ein bisschen. Der kommt Auto. Oh, komm, komm, komm. Trau' dich. Ich zieh' mich kurz zurück. Wie? Faktischer Heel-Rückzug. Ich hab' aufgeräumt. Oh. Die hätte ich gern. Nein, 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 nein merci also mindestens also da kommen noch welche hin und die waren noch nicht komplett ausgelöscht was hat hier der boden eigentlich getan ich werde gut ihre den rasen deutscher schnee fällt nicht besetzt gebiete das ist jetzt so ein typischer zeus sprach was ja die insel wieder da nicht wir müssen müssen erst mal an richtung zone nun können wir hier ein schäfer und kripten nicht nach knochen schützengräber aus warum Warum? Er greift nicht, er hebt das Schützen greifen aus. Der ist so blöd! Der ist so was von blöd. Ein deutscher Schäferhund schläft nicht, er bewacht die Innenseite seiner Augenlider. Der ist so blöd! Denen sollten seine Augenlider, äh! Der ist so richtig, der sind so typische Flachwünste. Ja! Denen sollten seine Augenlider, äh! Vorne wurde geschossen. Ja warte, bleib mal hier, die nächste Zone ist gleich hier. Oh fuck! Komm, nimm die Krügel wieder. Ich komme! Oh! Das geht so gar nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Verdammt! Ja, ich brauche hier. Lauf, Forest, lauf! Oh, Cadmus hat das zeitliche gesignet. Äh! Ich auch gleich, wenn das so weitergeht hier. Ja, ich auch. Halt die Zone auf, irgendwie. Ja, ich brauche hier taktischer Unterstützung hier hinten. Nicht die Zone, sondern die Leiter. Oh, ich bin drin, aber... Oh, jetzt kommt noch einer von hinten. Aber nur noch... Oh! Oh! Was spielst du denn? Ähm, vorhin hinten. Äh, ich lasse das jetzt mal zu dem Raum stehen. Ja, ich... Michel? Hier, unterwegs. Der ist low. Du bist der Einzige, der noch retten kann. Äh. Wenn du schnell bist. Ja, ich versuch's. Sehr schnell. Geh! Geh! Komm! Der ist da! Schnell! Geh um! Schnell, hier! Komm, geh, geh, geh! Der ist hier! Bei wie? Noch einer! Ja! So! Das bin ich! Hilf mir hoch, schnell! Da bist du! Komm, 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 komm! Let's do it! So! Und weg! Oh nein! Ja, ich halbe mich schnell! Da kommt einer noch mit dem Moped! Ohhhh! Alter! Ich verreck gleich! Alter! Was ist hier denn los? Was ist denn hier los? Oh, du... Sausack! Nein! Game over! Na, noch lebe ich! Ja, und dann betonen wir noch! Ja! Ja, kommen wir nicht! Es ist zu spät dafür! Jawoll! Sehr gut! Ja, ich werde mal mit dem Moped! Ja, die Plätze können noch nicht mehr werden! Ja, vor allem wenn's um die Letzten geht! Hm! Äh, den Ghost Rider-Spin kannst du ja gleich anbehalten! Woh! Dann kann ich den Ghost Rider-Spin! Ja! Ja, vor allem wenn's um die Letzten geht! Ja, da schaffe ich nicht! Oh, ne! Ah, ah! Da haben wir uns fertig gemacht! So, ne! Ah, ah! 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 Poseidon! Ja! Was eigentlich kein Poseidon ist! Hm, hm, hm! Ah! Alexa! Spios Civelle! Hm, hm, hm! Auf voller Lautstärke! Hm, hm, hm! Alexa, spiele Wendler auf volle Lautstärke Oh Gott Die sind schon irgendwie gemein, ne? Irgendwie schon Oh Gott So, ich spiele jetzt Farbenbomber Farbenbomber? Wartest du nicht den Ghost Rider Skin anbehalten? Nö, wozu? Jede Runde neue Skin-D-Bahn verliert Vor allem habe ich eine Zielscheibe auf dem Rücken Passt doch Du bist ja eine Zielscheibe Deswegen ja Nur dass die Kills anzeigt Oh Ich hätte mir eigentlich was zu trinken holen können in der Zeit, ne? Na, egal Hätte, hätte, Fahrerkette Ein deutlicher Schäfer und gibt kein Frötchen Er ist allotiert Der ist allotiert auch Der ist auch so doof Obwohl, ist ja bald Ostern-Köcherung aus Ostern-Öster-Ein Zweckling nehmen Alles klar, mir hat ja auch noch viel Spaß Mach's gut Danke fürs Dasein Die geht offline Und spielst selber Also kein Mod Warte Was war das denn? Was siehst du denn aus? Warte Wer? Irgendeiner ist rumgerannt gerade Der sah merkwürdig aus Ah Ich kann den Gleiter auch beim Fallen öffnen Wenn's hoch genug ist Nee Hab ich gerade gemacht? Du hast Gruppenkeile eingestellt Was ist das denn? Ich hab gar nichts eingestellt Na Gruppenkeile ist jetzt Hast du nur eingemacht Scheinbar Ich hab nix gemacht Gruppen was? Was ist das? Das ist Gruppenkeile Was wir jetzt spielen Das Team was ist erstes Das Team gewinnt Ja Okay Wir müssen irgendjemanden eliminieren Ja Lande Kommt mit Wir suchen uns Waffen Über die Zone braucht ihr euch Einfach irgendwo landen Waffen sammeln Euch von der Zone töten lassen Und dann Und dann weiter Dann einfach Auf Gegner rufen Und das hier ist Bauen Nur mal so Was ist das? Das heißt hier Das hier ist mit Bauen Oh nee Aber ich weiß gar nicht wie Bin ich zufrieden Du musst nicht Bauen Ja ja eben Aber falls ne Schafschütze ist Kannst ja versuchen zu bauen Kannst nicht wenigstens halbwegs schützen Wieso Schafe? Was Schafe? Ja weil du von Schafschütze redest Das ist ein ganz schön scharfer Schütze du Also die Zone die ist aber flott Wenn ich das mal so erwähnen darf Deswegen schnapp dir so viel du kannst Weil sobald wir im Kampfbereich sind Ist nicht viel mehr mit looten Das sieht nicht so gut aus Muss ich gerade gestehen Ja Baller Ritter Ich hasse es auch Aber wenn man Versehnlich das falsch aus will Dann Ist es halt so Dann muss man sich damit abfinden Aber ich habe ja diesen Schafschützengefähr gefunden Es gibt Leute mit Krankheiten Und das nennt sich Fortnite Socken Mit Bauen Also ich vermute mal Ich habe einen Clip erstellt Dass der Shortcut Vielleicht Auch ein Bind ist In Fortnite Für Umswitchen Das können ich mal Fortnite Vor allem Hat nach Chapter 2 aufgehört Für mich Was hat für dich erst gehört Woford ein noch Spaß gemacht hat Okay Danach wurde es schlecht Stück für Stück Alter ich komme gar nicht hinterher Das kann doch nicht wahr sein Gleich bin ich toll Er muss nicht in die Zone rennen Du respawnst Achso ich respawnst Ja deswegen Deswegen bleib am besten In meine Zone Lootet dich Geht nicht mehr Und dann lässt dich Ja Von der Zone kehlen Ah ja Weil ich bleib bis zum allerletzten Sturm Klingt nach dem Plan Das ist so gesehen Der Kleider Trick Ja Ah ja Muni Oh Tod Oh ich auch gleich So Ist er tot Und respawn Ist er seit dir plötzlich tot Sturm Aha Aua Wer war das denn Ein Schuss tot Also mit Sniper kannst du Wurden schon Wenn die kein Schild haben Ja Ja ich auch Ich habe jemand mal Wurden geschottet Der hat ein Schild Ja die Sniper macht ja auch noch ein bisschen Gut Schaden Okay ich bin Auch gewurden Schottet worden Und jetzt wurde ich getushottet Shut the fuck up Ah komm Ich habe schon einen Streifschuss Was ist das Achso ein Bot Na das sind keine Bots Ne Oh Ne Warum schießen die nicht auf mich Okay Gehen wir mal weiter Ich folge euch Also den Nicht Bots Keine Bots Und als echte Spieler Hier Ich habe das Bauer Hier drinnen Bisher ein Wunder Sie sich nicht schon Ausschläge Hab Aber es ist lustig Wenn die Gegner One-Shots Mit Hat was Hat was von Sniper Elite Ja Bist du Alla ich Die nehme aber keinen Schaden Äh Thema jetzt kannst du auch nicht Derfballern Ne ne Hinter dir ist einer gerannt Was mit dem Tod Ich habe gerade einen Bein Landen gekillt Oh Das war Was ist mit dir passiert One-Shot Also Kurt Bus Ist auch tot Was Ja Ich würde nicht in die Stadt gehen Das ist zu viel Ja Danke für den Hinweis Ich bin mittendrin Statt nur dabei Ach Darum ist noch Eine Sniper Eine Sniper Alter Ich habe trotzdem Das Gefühl Alter Ich bin Lauf Leer Schluck dir Loda Oh Gott Was Oh Gott Aber die nehmen doch keinen Schaden Vielleicht stehst du auf unsere Mates Ja keine Ahnung Weil die mit Pfeilen über Kopf sind Und in unserem Team Aber das wäre Also ich würde von einem Mate Dann würde ich von einem Mate erschossen Dann brauche ich auch nicht meine ganze Munition da drauf zu ballern Ja ich würde von einem Teemate erschossen Okay Aua Also kann es gar nicht sein Also einen mit Pfeilen über dem Kopf Ich habe den über Blick verloren wo die Gegner überhaupt sind Ich habe einfach alles verloren Ich brauche hier überhaupt nichts Also wenn du alles verloren hast Wärst du gar nicht hier Ja Das ist wahr Oder man endet dann hier Wenn man alles verloren hat Sind das Cheater Affen Sind das Cheater Weil Ich balle auf die Und die nehmen keinen Schaden Ich habe keine Ahnung Ich habe Ich habe Was bauen wir denn Was bauen wir denn Was ist das hier Was Alles Komischen Dann würde ich einfach in die Lobby gehen Und dann Dann nur bauen ein Alter was ist hier los Macht glaube ich Sinn oder Ich kriege langsam Dezent Aggression Ich brauche hier Gar nichts Ja komm Was geht denn hier ab Echt Kein Wunder Dass ich diesen Modus schon lange nicht mehr spiele Da verlierst du teilt Im Überblick Im Überblick ist nicht das Problem Aber die Gegner Weißt du was Ich gehe in die Lobby zurück Ich habe Eine schnauze Frau Na ja Also ich gucke schon Dass ich da Eines natürlichen Todes sterbe Ja den wirst du nicht finden Ich gehe vor eine Aggression Ja die habe ich schon seit ich Worf warne angefangen habe Die hatte ich auf der Autobahn schon Als die Brücke gesperrt war Ja das passiert Ja da durfte ich dann 30 Kilometer Umweg fahren Anstatt dass die mal ein Schild aufhängen Die Vollidioten Ich sehe halt nicht mal Gegner mehr Gar nicht Also nicht dass ich die Schon jemals gesehen hätte Aber ich habe anscheinend schon welche getroffen Ja eingeparkt Na ja aber ich mache jetzt die gute alte Methode Vom Buschcampen Oh die alte Counterstrike Methode Ja ja manchmal hilft es Ja Oh fuck wie komme ich raus Nein Nein Ich will raus Ich muss hier raus Digga Ja ich gehe auch raus Der kriegt ja krass Das Problem Das ist ja krank Wer hat Wie schön diese Scheiße Aber ich Der gehört gebannt Was ist mit gebannt Wer die Scheiße ausgewählt hat gehört gebannt Du bist Gruppenanführer also Da hast du wohl selbst Ins Knie geschossen Quasi Und dann Gefälligste Null Bauern aus Und nicht hier die Battle Royale oder sowas Schnetzel Royale Also ich glaube jetzt passt das wieder Ich sehe das ja nicht Ich kenne mich nicht aus Ja ich glaube schon Das ist aber kacke Garantiert ist das mein Shortcut für Clips Muss mal aufpassen Das ist gefährlich Ja Also mein Shortcut für Clips ist nicht das Problem Ne bei mir Bei mir Bei mir Ja bei dir Weil ich habe es auf dem Stream Deck Ja ich habe es auch auf dem Touch Portal Aber ich bediene da mit dem einen Knopf Verschiedene Programme Und wenn ich da schon drauf drücke Öffnet sich neben das Chatfenster Also Fortnite reagiert da drauf Irgendwas ist da Doom Ach du Scheiße Sieht das bescheuert aus Warum Äh Den Den Tanz Der Tanz Sieht so bescheuert aus Was ist das für ein Skin Doom Das ist Doom Ja Achso Nur mein Bad Bling Das passt eigentlich gar nicht Ist das Rocket? Jo Was ich machen könnte ist Also ich habe hier Das Rocket Stream Deck Besser gibt es nicht Ja das ist schon geil Und dann noch das Stream Deck Plus Ja Da könnte ich noch die Lichter Auf volle Pulle drehen Weil jetzt sind sie nur Aktuell auf 3% Und das ist schon ziemlich hell Okay Und wenn sie irgendwie bei 30 oder 40% sind Dann Bist du blind Da musst du schon mit Dingen zocken Mit Sonnenrüttel Mit Überhaupt Dass du Sehen kannst So ich werde morgen jetzt mal weiter Rohrfahren erzogen Was machst du? Rohrvernetzung? Morgen Mache ich weiter Was ist denn Rohrvernetzung? Achso 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 Das nehme ich persönlich Ich habe morgen erstmal einen Termin auf dem Gewerbeamt Ja und ich bin morgen arbeiten Ich habe Urlaub Morgen und übermorgen Dienstag habe ich die Handwerker im Haus Oh Der Meister Können wir das jetzt schaffen? Nö Ja wir schaffen das Nee Können wir nicht mehr Bei uns ist alles hopfnungslos Ja Das kann man so sagen Ja Da kriegt selbst Jesus eine Krise Tja Eine Krise? Ja eine Krise Ein Herz der Schandolier Der Der Jesus 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 Wie soll Jesus nochmal stehen? Tja Jesus schon tot Der Der erste Zombie Na wenn das los geht Zombie Nation Die Menschheit ist doch so schon verloren Also Was ist der Unterschied zwischen Was ist der Unterschied zwischen Frauen und Jesus? Der Unterschied beim Nageln? Ja genau Also der Gesichtsausdruck beim Nageln Das ist nicht schlecht Ja warte mal Ich mach mal einen Hier auf Klempner Wo ist denn das Bad? Nein Klempner Auf Klempner Aua Warum liegt hier Stroh? Warum liegt hier Stroh rum? Das müsstest du wohl den Bauern fragen Wieso sollte ich die Bauern fragen? Du sollst die Fragen nicht verraten Ne wieso sollte ich die Bauern fragen? Das hab ich gefragt Wegen dem Heu Vielleicht wissen sie was darüber Vielleicht kommt ja wieder ein Maskierter Der das braucht Vielleicht ein Banker der nicht erkannt werden will Oder vielleicht jemand mit einem Schnurrebart Mit einem sehr kurzen Ähm Von Juan Genau Gut gereitert Gut gereitert Mischel Die Mafiosi vor uns Wenn du was anderes gesagt hättest Hätt ich sie wie dir löschen müssen Da passen wir schon auf Das sag ich nur privat Aber nicht im Zuliemen Oh da hinten wird geschossen Naja solange nicht geschissen wird Ja das mach ich Schon so spät Dass geschossen wird Ja Ich bin der Doom Slayer Einer muss ja schießen Tja Hier hüpft Hier hüpft Muni Der war Ragnarök Oh geil Was ist mit Ragnarök? Die Welt ist untergegangen Ja deswegen bin ich auch das Doom Slayer Oh wo ist Cottbus? Er ist down Ja Schnell hin Ah hier Ich hab doch Flügel Ich bin schon Ich bin ja in seiner Nähe Ich bin schon da Oh nein Gegen die Wand geflogen I'm coming So lässt du mich nicht einfach machen Wenn ich schon hinten dran stehe Oh kann man jetzt auch falsch verstehen? That's what she said Ich hab's jetzt ganz normal gesagt Ja 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 Wenn jemand das falsch versteht Kann ich auch nichts für Ja 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 Verdammte Doom Slayer Es geht in Pass gerade irgendwie Sämtliche Falschaussagen werden abgelehnt Ja Jegliche Aussagen ohne Gewehr Ich täte dir keine Aussagen ohne mein Anwalt Alle Angaben Sind inkorrent Inkorrent Inkontinent Also inkompetent Wären's Vergessen Schon So Wo seid denn alle Ich bin gut ausgestattet Ich geh mal Richtung Zeus Ich bin beim Bunker Der Bunker Ich guck Ja ich guck mal Wer guckt Achso Hier Ne Ich geh doch Zurück Oh Der Zug Er hat keine Bremsen mehr Der Zug Der Zug Der Zug hat keine Bremse Der Zug Der Zug Der Zug hat kein Rücken Ich hab das immer noch nicht gehört Das Lied Ist nicht so mein Genre Würde ich mal Ganz mild Ganz mild ausdrücken Mein Das ist Man kriegt's halt mit Schwierste Körperverletzung Ja eigentlich schon Es ist Schwierste Körperverletzung Mir läuft's einfach nur Gerade nach Ja ich sag mal so Unter gewissen Umständen Ist das ja lustig Aber In den Umständen Bin ich nicht Äh Nur Wenn du Genügend Promille hast Bada bing Bada boom Es macht boom Äh Ich glaub Selbst dann Ist es nicht mal lustig Hast du Sniper Kommt mit mir zu Irgendwann ist Ist egal was sie singen Hauptsache der Rhythmus stimmt Oh da ist jemand im Pferdestall Die Frage ist Sind da Pferde drinne? Und die hat ne Maske auf Ich wusste es Oh Gott Oh Lade nach Lade nach Jawollo Beautiful Ups Ups I did it again So ich bin jetzt Doom auf dem Motorrad Am besten ist Deathcar Zu hören Das ist ganz Angenehm Ja Stellenweise Wieso stellenweise Ja mir gefällt Ja mir gefällt da nicht alles Ich gehe dann eher in Richtung Black Metal Oder Death Metal Metal Heavy Metal Ja gut Deathcar ist ja nichts anderes Wie Death Metal Ja aber ein kranker Death Metal Die neue Generation von Death Metal Suffocation und so Das ist guter Death Metal Was Suffocation zum Beispiel Das ist guter Death Metal Oder Cannibal Corpse Ja sicher Cannibal Corpse Punch and Stench Sabaton ist auch gut Ach was Ja aber ist kein Death Metal Genau Wir machen trotzdem gute Musik Ich höre es gerne Sag ich mal nichts Also mir gefällt von Sabaton Nicht jeder Song Ja Also mir nicht einer Aber jo jeder muss mal anfangen Time for Gold Greif zu Leute Aber ich mag die meisten Die davon Ja jeder hat sonst die Fast ja Das muss nicht jeder alles mögen Alter wieso habe ich nur Scheiß Schrotflinden Weil du es kannst Ja aber auf die Entfernung Ist doch blöd Deswegen habe ich auch die Sniper Auch hier Ah komm Da hast du es Warte Da ist mein Ich nehme nur die mit drei Schuss Oh ist mir egal Wenn der Baum nicht gewesen wäre Wenn der Baum nicht gewesen wäre Wäre das genau zwischen die Augen gegangen Bei mir Also Mein Schuss Deswegen bin ich der Doom Slayer Tatsächlich muss ich mal ein Doom Teil spielen Habe ich nämlich noch nicht Ehrlich? Äh Ich habe auch noch kein Äh Den Einen Doom Teil Den ich habe Noch nicht gespürt Was? Obwohl ich den schon seit Äh Seit dreieinhalb Jahren In der Steam Bibliothek habe Oh Also jetzt wird es peinlich Ich glaube ich gehe offline Oh ich muss dringendmal auf Toilette Bin gleich wieder da Hier ist ein Äh hier ist ein Bus Die Zone kommt nämlich Ja I'm coming Also ich habe alle Doom Spiele gespielt Alle Gleich bei Release Ich weiß gerade nicht wie viele Teile es gibt Boah neun sind es bestimmt Das fing ja der neun schon an Also mindestens sechs sind im Game Pass Glaub ich zumindest Das ist Das könnte sein Ein paar Teile waren auf jeden Fall Darüber Ja ähm Da gibt es auch so ein geiles Paket Auf der Xbox Mit äh Ja ich glaube sechs Stück können das sein Da ist auch Doom 64 dabei ne Vom Nintendo 64 Was ist denn das rote da? Ein Sessel? Was denn? Unter der Brücke Wo sind meine Oh Da steht ein Sessel ja Da stand ein Sessel Der arme Sessel Ausgesesselt Da fehlt nur noch ein Homer Simpson mit Donut Ja genau Da hätten sie Gegner Schnappen wir sie uns Glaubt Maeve das überleben wird Hm Oh die Zone ist da Ja ich krieg grad nen Ohrwurm Warum? Los schnapp sie die Das Peter Griffin Ja Ich hab die getroffen Nochmal getroffen Komm Peter Peter Ok jetzt haben sie mich Ja Erledigt Von Ilse Meine Frau die Ilse Bill Will nicht so wie ich gern will Keiner will sie Steh doch auf Merrick das sieht komisch aus Wenn wir so auf allen Vieren da klappelt Steh doch auf Komm Bist du witzig Kann man sich selbst retten? Nein Scheiße Was ne Zeitverschwendung Wenn doch keiner im Team mehr da ist Ganz schön Team los ne? Ich bin gleich wieder da Winkelpause Ich bin ein imperialer Sturmtruppler Was für ne Geschlechtskrankheit Ich hab gesagt ich bin ein imperialer Sturmtruppler Heißt Ich treffe jetzt nix mehr Ach dann red doch deutsch Ja ne will ich aber nicht Red ich gleich Schwedisch Ach nee Das verstehe ich sowieso nicht Oder ich lerne gleich Polnisch Ne sonst klaust du alles Oder lieber Rumänisch Was ist die schlimmste Kombo beim Klauen? Äh Polnern Die Polen und die Russen zusammen? Ne Die Polen, Rumänen und Russen Ach ja je Also dein haste wirklich nischt mehr Also bei Den Polnischen haste ich schon nicht mehr Wie wirst du dann bei allen dreien noch was haben? Genau nischt 10.000 Jahre später Ich bin jetzt renne Und hab immer noch nichts War das ein Bier? Ne Schlimmer Aber ich werd's nicht im Stream sagen Ein Wodka Energy? Ne es klingt ähnlich wie Vanille Eis Oh Gott Verstehst du? Es gibt Vanillesorten die klingen auch so Und Schokoladenkuchen Da fehlt Sahne Der ist sehr trocken Von gestern halt Ne Das hört sich falsch an Was machst du heute noch? Peter ist weg Honk Warte Stonks Money money Also meine Spitz hat gepasst Definitiv Zu deinem Sturmtruppler Ja Hehehe Fall um, komm mal her Komm mal her Ja ich seh dich Ne musst herkommen Sonst hört man's nicht Achso Mach nämlich Quitschgeräusche Ja genau Disco Trooper Well Der Super Trooper Von ABBA Ne Ich bin ja ein imperialer Sturmtruppler Das heutzutage hat jetzt kein Tschüss mehr Nein Ja doch Ich hätte auch drauf Asthma nehmen können Was hast man? Darf Asthma Wieso hasst man? Man hasst man, man hasst man nicht, ne? Ich hätte auch darf Halsmaul nehmen können Ach nicht, Lord Helveton Wichern Hehehe Leider gibt's noch nicht Papa Platt Papa Palps So, also die Sturmtruppen Landen Jetzt Ich guck euch von oben zu Während ich Kuchen esse Apropos, die Lichtschwerter Da mussten auch bald wieder reinkommen Keine Ahnung Sehen wir dann In meinem Chat fragt jemand, an was Zeuss abkratzen wird Oh Werden jetzt werden abgeschlossen, oder was? Und der erste, der abkratzt Ach, scheiße, bin down Oh Alarmstuf rot Alarm 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 Kurt Bus kommt schon zur Hilfe Ich seh das von hier oben Ist das jetzt Kurt Bus Senior oder Junior? Keine Ahnung, ich hör ja nix Okay Dann ist es Senior, Kurt Bus Oh Ich habe Ihnen den Arsch gerettet Daddy Danke, Kurt Bus Hier fress mal ein bisschen heiligen Kohl Der Kohl ist heilig Der Kohl ist heilig Was war das für ein Geräusch? Und ja Ich habe Führerschein Vor allem Ich habe sehr gut eingepackt Hier, guck mal So Dann fange ich auch mal an, ne? Bin gelandet War ein langer Flug Mann, ich wollte noch was nehmen Du Duft Und da ist er wieder weg Ja, das klang auch sehr geil Wie Max Headroom In der Matrix verschollen Ich glaube, der Bot war seine Lebensexistente Und ich habe ihn abgekauft Ich habe gar nichts mit dem Mord zu tun Ich war eigentlich in der Zeitpunkt da Ja, genau Ich habe sehr viele Krimis gesehen Darunter Mord ist ihr Hobby Oh Gott Die Angela Lansbury Has there been a murder? Ne, Mord ist ihr Hobby ist was anderes Ne, ne, ich kenne es nur auf Englisch Das Mord ist ihr Hobby ist so mit der Angela Lansbury Mit den rotblonden Haaren, ne? Die etwas ältere Dame Has there been a murder? Oh, der Kommissar Rext Oh Gott Da konnte ich nichts mit anfangen Das war nicht meine Welt Ich habe es gerne geguckt, wenn es mal lief Mittlerweile läuft es gefühlt gar nicht mehr Ja, ich glaube, es läuft doch gar nicht mehr, ne? Oh, hier ist ein Sniper Kaufautomat Der nur Sturmgewehre anbietet Hm Das Abzocke Die ist es nicht im Sinne des Erfinders Der Zug Der ohne Bremse Der Zug Gar nicht, der Zug dauert noch ein bisschen Bis der hier ist Hm Weil der noch am Arsch der Welt ist Dann hat er, glaube ich, doch Bremsen Oder ist einer von der Deutschen Bahn Ich würde eher Ich würde sagen, Deutsche Bahn Ja, ne? Ich glaube, Maeve hat gerade einen größeren Absturz gerade als ein Könnte man meinen, ne? Es dauert so lange Aber wenigstens wirst du nicht rausgeschmissen, noch nicht Hm Warte Warum stehen wir eigentlich hier? Wollen wir einsteigen? Oder? Oh Baggert der mich an? Geh weg Ich bin der Putzdienst Ja Ich bin der Putzdienst Gary Ich fahre jetzt Portrain We don't care Spinnis Jetzt wird marschiert Oh, Maverick ist aus dem Spiel geflogen Schreibt er gerade Ja Ei, 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 ei Ich glaube, das ist so die meiste Nachricht heute in meinem Chat Man müsste mal nächstes Mal eine Strichliste füllen, wie oft Maeve rausfliegt Nächstes Mal Das stimmt da Das sollte man echt mal machen Ich hab gehört, man hat die Ghostbusters gerufen Oh Oh, da kommt er wieder Ach, würde gerne Ach, muss ich denn Ja, musst du Ich mach jetzt mal den Kongo Wo? Wo? Hier Wo ist er denn? Bleib sein Komm rein Das sieht lustig aus Hat was Oh, der Zug kommt Wir warten auf den Zug Also der Grüne Der gefällt mir nicht Der macht mir Angst Der will doch nun spielen Ja Schau mal Der kann Metal Das ist mir gut Während ich ihn auslache Oh, hier, Caboera Das hätte ich mir angeguckt Oh Gesellschaft Kanaten Jetzt wurde zugekommen Wollte ich einmal einsteigen Ja, können wir immer noch Wir können ja noch abhauen Das hat mir Armitaler Schnell der Zug Ja und ab Okay Auch jetzt Attacke Oh, ich bin Oh nein Ich hänge da fest Hilfe Oh Geschafft Nachladen Kuchen essen Ja, ich komm gleich nach Oh Knackt schon mal die große Vorne Kiste Vorne Und? Ein Stück Kuchen essen? Der arme Kuchen Hm 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 Oh Boah Der ist so trocken Tessa Hi Grüß dich Na, alle Gute Dann ist sie auch im Stream Weil, wie geht denn das? Stürzt dann Stream auch die ganze Zeit ab oder ist das nur das Spiel? Nur das Spiel Ja, okay Weil die ganze Scheiß auf der Drecks Harddisk ist Äh Ich bin drauf Geht das nicht Dann, äh Verrägt die hier Weil die Scheiß Harddisk zu lahm ist Okay Oh, die Waffe Wer hat da seine Macht benutzt? Das war cool Das war cool Wie scheiße sah das denn aus? Mit der Puppe Warte Oh ne, nicht dieses Lied Ja, das Lied höre ich nicht, aber für mich sah das aus wie Basic Instinct Ich habe die Kraft von Mathe Ich habe es gemerkt, äh, Tessa Mathe, Mann Ja, wir können jetzt eh runter Ja, sobald wir vorgehielt haben Oh, wie sieht sie denn aus? Los, rolle Oh, der Zug hat doch Bremsen Äh, ihr solltet euch beeilen da drüben, ne? Oh, joo Nur mal sagen Weil die Zone kommt jetzt Keine Hektik Die Uhrzeit Ja, sagt man das mit seiner HP HP Baxter hat heute Geburtstag 60 geworden Wo du gerade HP saßt Ja Der alte Sack Oh, Lama Hans Pöttermann und der Gefangene von Stalingrad Bitte was? Hans Pöttermann und der Gefangene von Stalingrad Stahl 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 in Stalingrad Ja Jemand Stahl in Stalingrad Jemand Stahl in Stalingrad Der scheiß Wortwitz Der scheiß Wortwitz Deswegen Stahl liegt jemand gerade Oh, atme, atme, atme Sonny Tita Was willst du denn? Was willst du denn, Maeve? Oh Gott Ich glaube, das ist gar nicht Maeve Ich glaube, der hat sich einen kleinen Hund gekauft Aus Madrid, Opa Ja genau, so ein Chihuahua Ich kann nicht mehr Oh, Chihuahua Oh, Chihuahua Oh, Chihuahua Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Jippie, jippie, jippie Where my dog's at? Ich glaube, das ist die letzte Runde für heute Meinst du? Ja, ich muss noch warten machen ja wann denn du hast doch ein laptop nehmen doch mit in die wanne ich bin ja auf konsole wie soll ich das machen verlegungsschnur zuschauer im stream von maverick passt auf ihn auf in der umfeld ruft die nummer ich kenne die nicht in der schweiz irgendwann verlieren wir ihn auch wirklich nicht nur das mein tiger ist aufgewacht wegen umbauten wegen umbauten am arschloch umgeleitet hat die hintertür genommen zeus heute ist es soweit wir verlieren ihn heute ist es soweit ja das befürchte ich auch mein manub ist ich beschwöre die katze 27 vielleicht im orsch des grauens wieso immer so ein riesen arsch kannst du ja gar nicht haben sie nannten ihn tomb raider genau heißt er jetzt nicht twix was brunner mars heißt ja jetzt twix oh es gibt doch leben auf dem marse bruno rankt spiel ich nicht tesser auf dem mars wurde wasser gefunden mars 1 afrika 0 das ist fies aber ist die wahrheit er kann sich afrika meine scheibe abschneiden wenn sie messer hätten ach die haben späre reicht doch ich geh mal runter oh Hilfe ich werd angegriffen hier damn und getötet was willst du komm ich spuck auf dich bleib stehen alter mich so zu erschrecken das kannst du nicht machen wo denn ach da wie siehst du denn aus rein erledigt ist das hier anschaut ist nicht schlecht in your face in der phase da haben wir mich aber schreckt so 3 und das 3 ich weiß gar nicht mehr den habe ich gekillt die jungen haben die mich erschreckt hier unten sind übrigens welche am basis camp hier unten geben sich gerade ein stellungskrieg da unten ein stellungskrieg das kann man jetzt auch falsch verstehen warum diesen krieg der in stellungen geführt wird ohja komm mal in mein alter da komm mal in mein alter da willst du das auch welche stellung doch wieder oder welchen ja du redest von stellung in der vogelstellung komm ich will ich treffen auf die entfernung kurz noch mal stehen hier tums layer verdammt ja ich kämpfe gerade mit der sniper ohne visier das ist auch lustig da unten rennt die andere personen ja lass rennen wenn sie rennt haben sie keine machen sie wurden terminiert mhm da rennt jemand oh oder ne tot tot getötet ne oder ne oder ne Der Babagey ist Dood, Mause Dood. Genau jetzt ist... Der dümmste Moment. Genau jetzt ist Kosmos. Nein, das wird nichts mehr. Oh, ja. Ist ja eh die letzte Runde von Zeus. Ja. Ja, jetzt mach doch du Scheiß, Bird. Hey, Bird. Danke. LOL. Der Bot hätte mich noch holen können. So, ich werde da mal los. Alles klar, Zeus. Schwimm dich so weit raus. Ist halt oben. Stimmt, das hat man ja schon. Ja, alles klar. Dann wahrscheinlich bis morgen. Jo. Mal gucken. Mhm. Kommt rein. Du auch. Bye-bye. Also langsamer geht das Lied auch nicht mehr, was? Ich höre es nicht. Muss ein Copyright Lied sein. Es ist ein lockerer Thomas, was da ist. Okay. Einfach sowas von langsam. Machst du die schreibgeschützten Lieder nicht aus im Stream. Wieso hört man das? Also, ich denke schon, weil ich habe es extra ausgemacht, deswegen, damit man es nicht hört. Ähm. Gibt es extra eine Option in der Audio-Einstellung? Ja, ja. Weiß aber nicht mehr wo. Irgendwo unten. Lizenzierte Musik oder so. Also, Einstellungen, Audio und dann ganz ganz unten. Ja, ich weiß schon, äh. Ach so. Also, das VOD würde ich dann, äh, ne? Löschen. Nicht, dass du da Probleme kriegst. Hey, Cottbus. Danke für dein Verloh, Cottbus. Verräter! Ist das eigentlich jetzt, äh, ist dann, äh, Senior Cottbus, ne? Ja, 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 das ist Senior. Da kann ich die Stummschaltung ja aufheben. Laut schalten. So, jetzt höre ich dich. So, noch ein Stück Kuchen. Bis so ein, äh, Klein Cottbus ist ja 13. Ja. Genau. Aber für den ist es trotzdem Zeit, weil der muss morgen in die Schule. Ja, ja, auf jeden Fall. Spät genug. Mal gucken, dass man auch nicht sieht, was ich da trinke. Mhm. Mhm. Wieso, was trinkst du da? Das möchte ich nicht sagen. Also wegen dem Stream oder wegen Nala? Ne, ne. Ne, ist so allgemein. Ich bin ja nicht so der Trinker. Meistens. Ich hab, ich hab nur gar nichts anderes da, deswegen, äh, muss ich das mal vernichten. Das ist ein Mischgetränk in Dosen, in schwarzen Dosen. Ne, ne. Oh, ne, nein. Äh, Tessa, ja, ist Platz. Kann's rein, oder? Ja, das war noch ein. Ich hab jetzt auf Trio gestellt. Ja, 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 Alter, ist noch frei. Was hast du? Ich sagte es, ich hätte auf Trio geschaut. Auf Truett? Trio. Kann man das? Ist das so? Also nicht auf Tourette, aber... Ja, genau. Was haben Sie für eine Behinderung? Tourette, du Fotze. Spielersgruppe beigetreten, Nazis. Wenn sie zwei jährlich aufhangen hätten, hätten wir das niemals verloren. Ja. Scheiße. Hoppala. Wo sind denn alle? Wo war der überhaupt raus? Ich sehe überhaupt keinen Markierungspunkt. Ja, ich bin einfach Cottbus hinterher gesprungen. Ja? Bist du hinter mir? Ich bin hinter dir. Spürst du es nicht? Wo zwischen den beiden, oder was? Ich habe schon oft gehört, dass er klein ist, aber, dass du gar nichts spürst. Hier sind schon mal Kisten, ne? Da gibt es bestimmt was für mich. Ja. Ist das ein Schrottplatz hier, oder was? Oh, da oben, da oben. Der Nachbar ist hier irgendwie von uns, der spielt das Spiel lieber im Baumodus. Bäh. Bäh. Fudeival. Viel zu kompliziert, viel zu unnötig. Wenn ich bauen will, dann spiele ich... Oh, ich habe heute zum ersten Mal Minecraft gespielt. Mein Sohn wollte unbedingt heute Morgen. Ach, was ein Müll. Ach, bin down wegen einem Feind. Hilfe, 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 Hilfe. Ich glaube, hier ist eine illegale Spielhalle in dem Schrottplatz hier. Ich bin tot. Schon? Ja. Wieso sage ich dann, dass ich down bin? Ich weiß. Guck mal, ich habe 300 Meter. Ja, wo seid ihr denn hin? Ja, wo laufen sie denn? Ja, wo seid ihr denn? Ach da. 360 Meter. Ich habe noch 200. Was kann ich dafür, wenn ihr an der Perse der Welt sind? Dann decke ich euch den Rücken. Also, ohne Hintergedanken. Es ist halt nicht mehr wie früher. Ja, früher war alles besser. Sogar die Zukunft, wenn man noch eine hatte. Hatte ich nie. Und auch immer noch nicht. Wie das so ist? Kurt Bus reddit auf der Stelle. Oh, verdammt. Und irgendjemand ergötzt sich auf mich zu schießen. Ich versuche trotzdem zu dir zu kommen. 230 Meter. Come. Come. Ich muss mal auf Toilette. Okay, dann belebe ich dich nicht wieder. Ja, du mich auch. Jetzt sind wir beide gleich dort. Die kann man zusammen beleben. Genau. Geht schneller. So. Wo müssen wir hin? Da, ne? Alle brauchen. Wir brauchen die Karte. Karte habe ich. Auch zum, äh... Truck. Was? Oh. Das sind schon die ersten Schüsse. Erledigt. Hast du gebaut? Ja, ja, dann... Oh, krass. Ich hatte so eine Bombe hier, so eine... Da können wir uns wenigstens nicht eliminieren. Ah. Okay. In dem Fall ist es nicht schlecht, das Bauen. Ich dachte eben schon, das wäre ein Grafikfehler. Wollen wir mal. Hä? Was denn jetzt? Hä? Hä? So. Jetzt darf ich mir in der Waffe organisieren. Die andere Waffe ist ja weggekommen. Bei wem hülle ich mich wieder, da Baut? Karte. Dumme Frage. Donner Salven Maschinenpistole. Ja, komm, du mal. Also bei mir kann es ja nicht sein, weil ich habe... ...ja, die Rauschunterdrückung voller Puller. Oh, sowas habe ich gar nicht an. Nicht? Nö, äh. Schnick, schnack. Ich mag nichts Automatisches. Wenn, dann mache ich das manuell. Aber habe ich aktuell auch nichts in manueller Einstellung an. Okay. Zeiss, danke für dein Fall. Dieser Zeus. Äh, nee, der Heilige Geist, weißt du. Oh, ja, vielleicht gibt es noch einen Zeus. Na, Cottbus, warum so nachdenklich? Ja, wird mal Zeit. Was war das denn? Genau. Der hat alles von sich geworfen. Ach so, er ist rausgeflogen. Ai, ai, ai. Ich dachte schon, der steht da, sagt nichts, hat die Zunge im Maul. Einen Turm. Irgendwie komme ich mir so einsam vor. Äh, bist aber nicht einsam. Bist du noch da? Ach, da hinten. Ah. Ich bin immer noch in der Stadt. In Gotham City. Gott ham. Habe Schinken. Ja, genau. Göttlicher Schinken. Gott ham. G-O-T ham. Also Gott ham. Also Habe Schinken. Schwarzer Schinken. Goth ham. Gott. Gottic ham. Ich hab bald 350 Follower. Ui. Geht vorwärts. Ja gut, einer davon ist ein Bot. Also 348 habe ich, aber einer davon ist ein Bot. Ah, okay. Der so von wegen Follow-Bots und solche Scheiße reingeschrieben hat. Ja, aha. Aber dank Weißbot wurde rausgeschossen. Ja, Weißbot ist ja ziemlich cool. Muss ich echt zugeben. Komm, komm, die Meldung rein, war der schon weg. Oh, geil. Alter, wieso braucht der Jahrtausende, bis er mal die Scheiße nachlädt? Alter, nervt das. Ich höre Schüsse. Ja, ich hab was endlich wieder drauf gedrückt. Achso. Komm, Beifuß. Wollen wir auf den Zug? Ja, können wir machen. Oh, ne, der ist. Den kriegen wir nicht mehr, oder? Nee. Nein, nein. Okay, dann müssen wir. Müssen wir laufen. Wenn wir eine Karre finden, dann holen wir vielleicht da hin. Ja. Hier ist mal keiner. Da ist... Ist eine... Dingensach schon. Cool. Ein Bunker. Ein Bunker. Ein Bunker. Bunker-Bunker-Party. Ein Lutbunker. Hm. Ludwig. Ich bin Einstein. Wenn du Einstein bist, bin ich Brett Pitt. Hm-hm. Prickel-Pitt. Kennst du den Witz nicht? Toto. Oh, guck mal hier. Shield. Was hat Shield mit dem zu tun? Hm-hm. Oh, hier ist eine G-Klasse. Warte, ich hol dich. Oder? Das ist der Schraubplatz, wo ich vorhin war. Wie können die sich die G-Klasse leisten? Wo bist du? Ich bin ja im Untergrund. Ah. Ah, da. Untergetaucht, ne? Logisch. Ah, geil. Pornografische Knarre, nee. Ah, da bekommst du ja gleich einen Ständer, wenn du siehst da hier unten. Mit schönem Schaft und so, weißt du? Pottbus ist auch wieder dabei. Ah, ja. Hm. Ich hab ne Schnaipfer, wenn du siehst. Äh, ich hab... Obwohl. Ja. Welche bei? Und zwar noch ne... äh, violette. Das klingt gut. Soll ich... Ich park mal den... den Wagen. Ja, und hier hast du danach Schneidbaumuni. Cool, dankeschön. Komm, bei Fuß. So, wohin war er hin? Äh... Keine Ahnung. In die Mitte. Keine Ahnung. Mitte klingt gut. Dann markier mal die Mitte. Mit dich in der Mitte. Von der Mitte zur Titte. Zum Sack, zack, zack. Zack, zack. Ab zur Sternen, Mitte zur Titte. Zum Sack, zack, zack. Ah, jetzt hab bloß, da gibt's ein Lied. Das wusste ich nicht. Ich kenne das doch aus meiner Kindheit. Nee, das ist so ein Spruch. Oh, da ist ein Feind. Auf drei... äh, auf... neun Uhr. Neun Uhr. Da, zwei, zwei. Ist dir sicher. Ah. Das mach ich's halt. Hat geklappt. Du hast den falschen Winkel geparkt. Da konntest du nicht schießen. Nicht mein Problem. Mhm. Ich lehne... Solange du überlebst nicht. Ich lehne jede... jegliche Verantwortung ab. Mhm. Aber da drüben wird geballert. Ja, ne? Ja, toll jetzt von allen Seiten. Nee. Wie viel? Ja. Hier ist Stimmung. Da hinten ist was. Da krabbelt einer. Krabbelte. Ja. Warum kann ich nicht mehr schießen? Also ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Hallo. Mach was. Ich bin, äh, fast down. Du glückliche. Lauf. Gehen wir zurück zur Lobby. Mhm. Äh, mit Cadbus und Dingen rein können. Mhm. Manche, die stehen einfach nur irgendwo und die... ...schnipen sich dann weg. Bitte was? Ich sag, manche, die stehen einfach nur irgendwo rum oder sitzen auf einem Baum, um dich wegzusnipen. Ja, ja, Kämpfer. Ach so, ja. Ganz schlimm. Äh, entweder auf einem, äh, Dings, auf einem Berg oder auf einem Baum oder so. Ja, Tessa, das wissen wir. Tessa, mach doch mal der Mikro an. Ich glaub dir nicht, dass es kaputt ist. Alter, ich hab gleich den ganzen Kuchen gefressen. Das kann doch nicht wahr sein. Boah. Fress der jetzt so viel? Ja, so immer zwischendurch, anstatt, ähm, zu vapen, nimm ich ein Stück Kuchen. Alter, ist gleich leer. Noch zwei Gabeln ist der. Also das war so ein halber, ähm, weißt du, so ein Kranz, ne, wie man bei Rührkuchen nimmt. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Kann ich ja gerade gar nicht schlafen heute Nacht. Na, dann komm ich mit einem Vorschlaghammer vorbei. Das würde vielleicht helfen, ja. Dann kannst du schlafen. Ja. Das könnte helfen. Fang vor der Kranz. Oh, da. Oh, nee, oder? Du hast doch wohl nicht etwa für deinen Sohn Teenage Mutant Ninja Turtle Stuff gekauft? Nee, nee, das haben wir gekriegt irgendwo. Okay, okay. Ich geb kein Geld dafür, außer mal. Ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Wo wollen wir raus? Da hinten bei der grünen Lava. Oh, ne, grünen Lava ist fies eigentlich. Ach so. Da stirbt man ja direkt, ne? Ja, da ist gleich Action. Action, Action, Satisfaction. Seid ihr schon drauf? Ah. Ihr seid schon drauf? Also, ich bin auch drinnen. Was passiert denn, wenn wir einfach im Bus bleiben? Fliegst du irgendwann raus? Ah, so wie jetzt. Nee, ich bin jetzt rausgesprungen. Nee, ich bin rausgeschmissen worden. Aber weit über der Küste. Ei, ei, ei. Los, wir schaffen das. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Temple of Doom. Also, Kurt Bus will sich nichts anbrennen lassen, was? Gleich in die Action. Oh, ne gerade hat er ein Hammerkern. Ich hab Zeus Blitz. Potz Blitz nochmal. Und ne goldene Schrotflinte. Ist das gut? Boah. Das ist ne mythische, glaube ich, oder sowas. Ah, okay. Ich hab ne goldene. Die goldenen sind gut. Okay. Aber die, die ich habe, ist scheiße. Gold Finger. Ach, hör mir mit dem auf. Die Filme find ich zwar gut, aber gewisse Lieder find ich scheiße. Ja, sicher. Geht ja nicht um die Filme. Äh, um die Lieder. Geht ja nicht um die Filme. Ups. Ups. Ich bin irgendwie ganz weit weg von euch. Kann man sagen. Ja, wir auch. Also, ich hab die Schiene, äh, Pammkranz. Pompelt. 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 Ich glaub, die Tessa ist hinter mir. Oh, fuck, Alter. Ich kann hier gar nicht hoch. Ja, müsste so in deiner Richtung. Ich hab, äh, einer mit, äh, zwei Hits denen weggeballert. Ah, meine Fresse, jetzt wird schon nicht auf mich geballert. Hm. Alder, könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Und irgendwie krieg ich hier ein bisschen Angst. Das erinnert mich an Mordor. Komische Gegend. Mein Schatz. Mein Schatz. Mein eigen. Kolumb. 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 Echt ein komischer Ort. Wenn du, wenn du durch das grüne Wasser gehst, da kannst du dann schneller sprinten. Meinst du? Ja, ohne Scheiß. Alles. Ja. Also, mit Scheiß ist eklig. Ich kann dir nur meine Erfahrungen, die mir mein Sohn beigebracht hat, weitergeben und mitteilen. Gut, der würde nicht lügen. So schätze ich nicht ein. Ja. Da hast du drei solche, drei solche Dings hinten drauf, so, ja, Geister im Prinzip. Ja, die hat er schon mal. Genau, und da kannst du dann schneller rennen für diese... Aha. Okay. Hier ist eine Kiste, aber die ist eingesperrt. Oh, Flüge. Wenn man gejagt wird, ist man immer schneller, ne? Mhm. Jetzt ist es wohl da. Jemand ballert schon wieder frisch. Ich bin gefallen. Aber mir ist nichts passiert. Komm, ich mal besuchen. Bring Kuchen mit. Ah, da kommt er angeflogen. Aber du bist da auch ganz verleidnet. Die anderen zwei sind auch ganz woanders. Was ist da los? Ja, ja, deswegen. Ich grusel mich hier total. Ist ganz komisch hier. Aber wenn wir den Laden hier einnehmen, eine gute Position finden, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Ja. Auch wenn es ein Labyrinth ist hier. Alter, bin ich denn jetzt? Was höre ich da? Achso, du warst das. Hier unten ist ein Geheimgang. Kann man das auch machen? Nein. Mein Neffe zockt meistens an meiner Konsole, wenn ich Fortnite und nicht dich. Mhm. Ich habe mit ihm bisher nur die ersten zwei Male gewandt, sonst sind wir immer gestorben worden. Okay. Und mein Neffe ist 13. Ja, ja. Also, noch nicht ganz 13. Aber fast 13. Ja, ja. Ja, cool. Niemann so. Oh, Tessa, was hast du getan? Ja, die hat irgendwas jetzt gerade aktiviert. Ja. Jetzt kommt gleich der Toto ein Problem. Tessa, bist du das Wahnsinns? Also, da muss ich ein bisschen Action reinnehmen. Aber plötzlich sind alle da. Die ganze Zeit bin ich alleine hier. Und auf einmal sind alle da. Ich bin, äh, ich war ja seit tausend Jahren eine Veröffentlichung. Oh, wer ist das denn? Hades! Das ist der Boss von denen. Ja. Das ist der Anführung. Der alte Hades. Warte mal, ich habe hier was Cooles. Ich gucke mal, was das kann. Zu spät. Scheiße. War unnötig jetzt. Der bringt auch nichts, der Blitz. Ne? Ne? Potzblitz. Den kannst du in der Pfeife raufen. Würde ich tun. Ist es, äh, verboten Maschinenpistole ist geil. Oh, Zeus ist gerade wieder aufgetaucht. Und, ja, jetzt, äh, ist, äh, es klappt bei mir auch noch im Chat. Oh, mach da. Sandwich. Oh, geil. Cottbus ist in der Matrix gefangen. Guck mal. Neo. The Matrix has you. Follow the White Rabbit, Cottbus. Na, Tessa. Was geht? Seid ihr alle rausgeflogen, oder was? Ich nicht, nein. Ne, okay. Tessa lebt noch. Aber Cottbus geht sich gut. Ich bin nicht rausgeflogen. Ja. Wieso? Wo ist eigentlich Cottbus? Da steht er. Oder er schwebt in der Luft. Die Matrix hat ihn. Das war auch nur, weil er mit den hinteren Beinen auf dem Ding so... Ich glaub, er ist raus. Mit den satanischen Fersen. Er ist raus. Out. Scheiße, jetzt bin ich 20 Etaschen geflogen. Ich auch. Oh. Ein Schnipper. Oh, die ist gut. Beautiful. Beautiful. Wow. Wow. Was? Ich wäre fast in den Fluss gefallen und konnte im letzten Moment noch ziemlich schnell springen. Und hab's überlebt. Okay. Glück gehabt. Und die Zone kommt langsam, also müssen wir langsam Verrütz machen. Ja. Wo bist du? Tessa rennt schon weg. Ich hab' ein Auto. Ich bin schon, äh, etwas... Äh, du bist gleich bei mir. Ja, ich hab' ein Auto. Ich komm' auf dich zu. Ein Zug! Oh! Wollen wir einsteigen? Ja, Sekunde. Musst mir noch was holen. Genau. Hol dir noch einen. Muss man hier was besonderes tun oder nur stehen? Äh... An... E anklicken und dann, äh... Äh, kannst du die Scheiße rausholen später. Hm. Ich kann noch nichts klicken. Was ich schon gemacht habe. Oh, bei Cottbus geht nix mehr. Schreibt er grad. Eieiei. Zeus lebt. Ja, Zeus, ich denk' dann ist wieder Platz. Wenn du... Interesse hast. Äh... Sag dir nicht, dass er in... Äh... Ich will gar nix haben von dem... Ah, hier da. Schilddrank würde ich nehmen. Äh, ich hab' drei Schilddränke und eine... Äh... Nutendiesel... Äh... Hm. Puder. Komm, gehen wir mal hier aufräumen. Äh, gleich komm. Ich hab' das gleich. Jetzt. Äh... Hier. Nee, hier. Wo ist er? Wie heißt er? Da. Ähm... Seid ihr einfach gegangen ohne mich? Kein Problem. Ich mach das allein. Ah, jetzt soll's. Äh, ich schacht er doch. Wir sind raus. Du... Knalltüter. Ich war doch gerade am Zeus einladen. Aber wenn du... Nicht zuhörst, was kann ich dafür? Was? Äh, was sagt er meine Frau? Äh, das eine ist nie... Ich kann nicht zuhören und das andere hab' ich vergessen. Das eine kommt auch von ein Ohr rein und geht aufs Land gleich wieder raus. Ja, das ging schnell verursachen. Ja, das ging schnell verursachen. Äh... Ich hab' nicht nur Augen-Tinnitus, sondern auch Ohren-Tinnitus. Wie ein Delfin. Sondern auch Ohren-Tinnitus. Ich glaub' irgendwann müssen wir wirklich mal aufpassen auf Maeve. Ja... Irgendwann schafft das nicht. Hä? Da. Was sagst du? Ich hör' dich fast nicht. Was willst du? Geh' nicht ins Licht. Geh' ins schwarze Licht. Alter, was ist hier denn los? Da geht der Party am Schiff. Da geht der Party am Schiff. Party, bin schon niederdaun. Ja, aber was machst du denn, Junge? Du flieg' da schief. Was ist da schief? Was ist mit auf der Schiff? Was ist mit auf die Schiff? oh gott ah vogel vom himmel geholt krass können wir tun es? wir haben es verloren ho 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 wir haben den aah oh gott i'm down system you are all down wir haben das down syndrome oh gott so wir kommen jetzt mit Arthur Pancake was für ne kacke ich bin nicht Arthur Morgan ich bin Arthur Pancake ach so ich dachte du du wirst wie du wirst Morgan Freeman also ich hab morgen Freeman und übermorgen das sollte ich jetzt genau wissen mhm urlaub zwei Tage morgen Freeman der war flache viel zu flach ein schenkelklopfer nicht so tief rüdiger mein Name ist außer rüdiger 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 ja ich glaub die gibt's doch gar nicht mehr ne mit dem ähh mit dem geiermeier ne der fritus wärtner ne läuft schon lange nicht mehr ne gut das hab ich als Kind gesehen also in den 80ern So alt ist das Ding schon? Ja, ja, ja. Ach Gott. Ich glaube, Rüdiger ist älter als ich. Also der Schauspieler. Äh, Zeiss, du weißt schon, dass wir mit Friedhofsgewiese zacken. Ja, genau. Sag mal was. Ich bin auf dem besten Weg. Ja. Ich auch. Äh, du und Friedhofsgewiese, was soll ich sagen? Zeiss. Du bist ein Friedhofslacher. Was will ich Zeiss? Der Friedhofslacher. Der Geiermeier. Ach, äh, ich dachte schon, ich wäre ein Nesel. Nesel? Nein, der Esel steht neben dir. Ach so. Ja, keine Muni mehr. So. Waffe. Ja, ohne Munition kann man keinen Krieg gewinnen. Ja, man kann versuchen, aber. Oh, nein. Lass mich. Lass mich. So, mal fragen. Dich hab ich gemeint. Dich bleib stehen. Ja, warte. Ich hab ne Frage. Wann gibt's Döner? Bin down. Hey, wo ist ein? Am Donnerstag. Döner gibt's Dönerstag. Dönerstag. Ich bin Arthur Pancake. Mit meinen Revolver. Ey, wo bleibt ihr überhaupt? Ich bin schon wieder down hier. Wo kennst du denn auch rum? Sag mal. Oh, Alter. Okay. Hey, du, was für die Menschheit, Michel? Dönerstag, genau. Du gehst Milch holen? Ach so, war das blöd. Melken. Melken? Das würde ich jetzt nicht sagen. Also, wenn jemand melken geht, dann geht Melkur melken. Wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir. Geh mit Gott, aber geh. Oh, Maverick, ich hab dich eingesammelt. Jetzt sterben wir gemeinsam. Ach, halt. Jeder, immerhin jemand, der mit mir stirbt. Eben, ne? Ja, dann geht beide mit Gott. Aber geht. Peter. 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 Der warst das Ding hier. Peter. Ich bin dein Albtraum. Peter, bitte gut. Die laufen einfach an mir vorbei, anstatt mich zu töten. Aber jetzt bin ich ethisch. Er hat nicht gesagt, er hat eine Peichelung und mir eine fressige Hau. Donner Sauber. Wann macht? Kinski. Hast du Stahl? Nicht ganz. Klaus Kinski. Ein Mot von mir meinte, ich werde Scheitzer Kinski. Mh. Ja, Mädel. Obwohl das Fake News sind. Oh, ich muss nochmal auf Toilette. Schon wieder? Sag mal. Was hast du denn gegessen? Mh. Wenn's was cooles wird, mach ein Foto. Oh, Tessa. Tessa. Tessa rettet uns. Das ist ein Schach in der Lobby. Tessa rettet uns. Nein, das reicht nicht, oder? Kann das jetzt noch schief gehen? Nee, ne? Keine Ahnung. Ah, okay. Und? Komm, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Tessa, 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 Tessa. Komm hier, der sagt, na, hi. Tessa, und, jawollah. Ah, ich fühle mich wie neu geboren. Oh, nein, und dann schießen sie direkt auf mich. Noch während dem Flug. Sag ich doch. So eine Kacke. Ey, ey, lass mich. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Brauchuldiger, du bist da. Ja, das Gute ist, ich kann gucken, ob ich ein gutes Backlink für die Handkick auch von morgen hab. Ach, ich wurde ja schon wieder beliebt. Oh, schon lang. Schon zweimal. Hast du deine Wiedergeburt verpasst? Ich darf auch nach Wichsen gehen und wer... Epischer Sieg, Alter. Jawollo. Tessa hat uns gerettet. Oh, Gott. Was zum Henry ist los? Da. Danke, Tessa. Auf mich wurde schon wieder gebraucht und dann sah ich nur Epischer Sieg, dachte ich mir, hat das Spiel luck gesoffen? Ja, hat es. Heute ist Gegenteiltag. Wenn man stirbt, gewinnt man. Also wenn man 100. wäre, dann hat man gewonnen, oder wie? Quasi. Ah, leer. Was gibt dir so schöne, saftige Auro und Serum auf dem Kopf, du? Uh. Mit Pannekuchen. Wie siehst du denn aus? Das ist der Pfannkuchen, Mann. Ich bin Arthur Pancake. Okay. Das ist nicht nur Arthur Morgan. Mhm, mhm. Auch nicht mal Rücken Freeman, was? Mit, mit einem Stück Butter auf dem Kopf. Du. Ne. Was ist mit Butter? I butter my bread with butter. Cheese. Mhm. Cheese. 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 Oh, hier. Party. Hier, ich kann Schach spielen. Ja. Kannst du mitmachen? Ehrlich? Ja. Oh ja, cool. Da sehen wir, wer gewinnt. Ey, wer ballert denn da? Lass uns spielen. Hoppala. Was war das denn? Ja, wir spielen nur die anderen beiden. Keine Ahnung. Tü. Wir haben fair spielt. Der ist das, würde ich auch sagen. Ich weiß gerade nicht, ob man nie gewinnen kann, überhaupt. Ah, ich denke mal, die Zeit reicht nicht dafür. Wie wählt man denn eigentlich aus, wo man landen will? Das habe ich noch nicht ganz gerafft. Auf, keine Ahnung. Kontrolle ist es eigentlich ziemlich simpel. Ja, also, ich sehe da keinen Fadenkreuz, wo man hinziehen kann. Oder ist das einfach nur so optikmäßig? Auf der Karte, würde ich sagen, bezahlt. Auf der Karte? Auf der Karte? Ja. Da siehst du ja so ein Pinmarker. Aha. Und so, markiert man. Schau mal, mein Leiter. Mein Leiter ist ein Pferd. Ein Pferd? Ein Pferd. Ach, da bist du. Ein Pferd. Ein Pferd ist Pferd, weil es Pferd. Hui, Pferd. Hui, Pferd. Die, äh, die, die Dings sprechen, sagen Pferd. Was, die DDR? Nee, die, ähm. Holländer. Nee, nicht die Holländer, sondern die Plattdeutschen, sagen Pferd. Ja. Das Pferd mich an. Pferd. Pferd. Auch geil. Stehen wir da voreinander. Einer hat ne Waffe, ich nicht. Und überlegen, was wir tun. Was ist hier denn los? Komm hier. Ah, vermorgen, meine Pistole ist schneller als der Knall. Äh, du bist gleich angespitzhackt hier. Wer ich? Ja. Hab ihn eliminiert. Very nice. Und terminiert. Ah, ne Waffe, da liegt ne Waffe. Wow. Cool. Hier wäre auch ein Automat zum Kaufen. Ah. So was geht, so was geht? Ja, ich habe genug Bänken, Wettert überfallen, dass ich mir das leisten kann, eine Waffe zu kaufen. Oh, ich habe aber auch. Ach du Scheiße. Ich habe viel. Kohler. Ja, ich habe 3000. Ich habe 1300 gehabt. Aber das ist okay, sag ich mal. Im 13. Jahrhundert. Da. Oh. Ich glaube, Maverick ist von uns gegangen. Ich bin nicht von euch gegangen. Oh, Gott sei Dank. Oh, hier. Not again. Wenn ich verreckt wäre, wäre ich ja... ...dich bin live zu... ...Stream zu sehen. Stimmt, da hätte schon jemand... ...gerufen. ...oder... ...telefoniert. Dann hätte sie... ...die Tine Hause telefonieren. Everybody gonna be cool, this is a robbery. Nee, in Valentine wird jeder abgemuchst. You are my Valentine. Oh, hier ist gerade der Bahnhofsdurchsage. Die nachfolgenden Züge verspäten sich um 15 Minuten. Bitte haben Sie ein Wind geduld. Ach, ich dachte schon um 200 Jahre. Nee, wir sind ja nicht in Deutschland. Nee, nee, gar nicht. Der nächste Zug kommt gar nicht mehr, weil Stau auf der A12. Genau, der Zugführer hat leider versäumt, die Sommerfelgen draufzuziehen. Dementsprechend ist der Zug verzögert. Apropos. Hier. Popo? Wir sind suff. Oh, suff. Dat is jod. Dat is jod, ne? Bei suff bin ich nicht dabei. Hey, hey, hey. Das ist doch schön. Sie wurden angepumpelt. Nicht schon wieder. Hör mal was? Wie oft werden Sie denn angepumpelt? Das ist mir heute auf der Straße schon passiert. Wenn man das so nennen kann. Ich habe den Ahorn-Sirup. Den Ahorn-Sirup. Jetzt hast du den Ahorn-Sirup. Ja, ich habe den Ahorn-Sirup. Sah cool aus. Ohne den Hut sieht man sogar runterlaufen. Wie sieht das aus? Ja. Oh, es ist wieder soweit. Leute, Mavericks, Chat, passt auf. Ich habe ja nie nur jemand im Chat. Warte mal, warte. Ne, Ivant? Ich habe nur einer im Chat. Nur einer? Nur der eine. Hoffentlich guckt er auch. Ja, die anderen haben sich verpisst. Oh, da vorne ist ein Lama. Und der Zug kommt gleich. Kann man noch Fahrrad fahren? Will jemand einsteigen? Ne, der Zug kommt gleich. Wir fahren gleich mal mit. Ne. Der hat doch gar keine Bremsen. Deswegen doch. Juhu. Ich will deswegen mit ihm fahren. Ich habe schon hier... Oh, gut geparkt, Maverick. Der Zug hält sogar kurz. Der muss auch halten. Da hat Maverick sein Buggy geparkt. Egal. Ist nur ein Auto. Er schiebt es weg. Ist nur ein Octane. Ja, ist ersetzbar. Ist nur billig Spott. Oh. Und... Bye, bye. Ist nur... Sachschaden. Ja. Sach- und Lachschaden. Na, eher ein... Lach-Sach-Schaden. Heck, schneller. Ich will den Turm da noch mitnehmen. Ab durch die Hecke. Oh, auf der Brücke sind... Vier Stück. Nicht, dass wir uns hier... Weißt du? Da unten kommt noch einer angerannt. So. Runter. Oh, oh. Da kommt er. Ab ein. Würdet ihr abspringen und mir helfen? Äh... Nee? Ja, Daddy. Daddy. Daddy cool. Daddy. Daddy cool. I need... Support here. You need the dollar, oder was? I need the dollar. I need one, two amerikanische dollar. And the dollar pays all my taxes. Und welche dollar amerikanische, australische, kanadische dollar? Die schweizer dollar. Wir haben Franken, keine dollar. Was hat der Frank damit zu tun? Wir haben Franken, nicht dollar. Da hat der echt gedacht, der könnte mich treffen. Äh, vielleicht sollst du weniger wixen. Meine Ömi hat da viele D-Mark. Dann wurde die Mauer eingerissen. Dann war jetzt nur ein D-Mark. Das ist halt nicht mehr wie früher. Aber früher war auch das meiste besser. Alles. Früher gab es noch eine Zukunft, nicht mehr wie heute. Damals gab es noch eine Mauer, die die Ausländer rausgeholfen hat. Ach, ich muss lüchten. Hab nur noch HP. Ich steck mal kurz deine Krankenkasse-Karte schon mal rein. Was, du kannst die zukünftigen Stürme? Was war das? Ja, das ist die Krankenkassen-Karte. Oh. Lol, was macht man ja auch Stain da? Der wurde bisher geschleift, oder? Ja, ja, ja. Die liegt unter der Brücke. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Ja. Ja, weil ich ihn auf Tennis jetzt im Eimor. Ich hab ja auch gerade vielleicht die Gegner. Also leichter hab ich auch, ja. Ich weiß auch nicht. Gegner wurden terminiert. Ich hätte schwirren können, dass ich bock. So langsam, wie die waren, so. Apropos, der Bunker hier ist offen. Der Bunker. Ob der doch nicht sprennt? Es ist noch Suppe da. Wieso kann da jetzt schon wieder einer beitreten? Ich hab doch auf nur mit Einladung gemacht. Magie. Immer eine gute Suppe. Was ist da? Warum? Was verstehe ich hier nicht? Was war das denn? Suppe. Jetzt hab ich Hunger auf Suppe. Hat man eigentlich Hunger auf Suppe oder Durst auf Suppe? Hunger. Das ist jetzt Hunger? Da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich würde eher sagen Hunger. Meinst du? Ja. Und wenn es so eine Spargelcremesuppe ist, da ist ja nichts zu kauen dabei. Besten überhaupt Spargel. Geil. Geil. Hab ich gerade gestern gekauft. Lecker. Mit Sohs Hollandaise und Schnitzel dabei. Schnitzel. Bist du krank, Mischel? Lecker. Bist du krank, Mischel? Kronk? Nee, Kronk ist offline. Weil sowas frisst man doch nicht. Wer sowas isst, der ist doch kleine Kinder, ne? Aha, was willst du andeuten? Ich fress alles. Es geht nichts über einen Kinderschnitzel. Oh Gott. Ach, ich dachte schon über, äh, ich dachte schon, äh, es geht nichts über Kinderarbeit. Äh, bitte was? Och. Von Kinder für Kinder. Also mit den kleinen Fingern, die können super nähen. Gerade Turnschuhe und sowas. Also ich kann nicht nähen. Nee? Äh. Ja, du hast Glück gehabt. Du bist ja auch kein kleines Kind, oder? Du bist ja über 13. Ich bin 11. Oh, das darfst du nicht sagen. Und tschüss. Muss ich dich leider... Zumindest muten. Stumm schalten. Die Frage ist zu B, wie hört er jetzt? Das ist J Slider, der kam rein, irgendwie. Das ist, äh, von jemandem anderem, den ich kenne. Ah, okay. Ich kenne auch sehr viele. Besonders von Geheimdiensten. Aber aus Datenschutzgründen werde ich nicht sagen, von wegen. Musst du auch nicht, ich kenne eh keine in der Schweiz. Es ist aber kein Schweizer. Aha. Das schränkt das alles schon ein bisschen ein. Jetzt kommen wir vielleicht drauf. Also, dass du hier keine Schwitzer rein musst. Was gibt's denn noch für Länder? Was gibt's denn noch für Länder? Nee. Was addiert das? Alles anonym. Oh. Die Unterbrechung klang, als wäre Maverick gerade untergegangen. Äh. Äh. Wegdingseln. Bitte. Ich hab zum Glück ein Thermalsicht. Ein Thermalbad? Ja. Hätte ich auch nichts dagegen. Ja, wo laufen sie denn? Da ist ja gar keiner. Äh. Habe ein. Hm. Ich schicke mal die Lage hier. Das Auto ist in die Luft gejagt. Ich hab ihn gehittet. Ich brauch hier Verstärkung. Ich hab, äh, hatte gerade jemanden im Blick. Ja, ich brauch Hilfe. Nee, nicht dich. Weil ich seh dich. Ja, warte. Mein Bot kann mich holen. Ich geb mich Rückendeckung. So irgendwie. Ja, lass uns was zurückziehen, ne? Erstmal. Zurück zur Stadt. Faktischer Rückzug. Ja, ab in die City. Maver, komm, bevor du noch unnötig hier nochmal drauf gehst. Äh, bin kurz vorhin drauf geniht. Man hat wieder, äh, lässt einen Kugelhagel auf mich regnen. Ja, bin down, dankeschön. Wiesel, du bist am Drücker, komm, hab. Wo seid ihr denn? Da. Ah. Mein Bot ist dort. Betreibt ihr euch denn rum? Wo treibst du dich bitte rum? Ja, toll. Super. Juhu. Keine Wunder, gehen wir immer drauf. Ja, wenn Michel überall am Arsch der Welt rumläuft. Dann dürft ihr nicht immer wegrennen. Wieso, wir rennen ja nicht immer davon. Doch, doch. Du rennst davon. So, schnell, blitzen. Schnell. Auf die mit den Autos. Bäm. Aber keiner von den, äh, Pissern tut. Ja, ich glaub, wir können was. Ja. Das ging jetzt schnell. So, fast 22 Uhr, eine Runde noch und dann... Okay. Ich hab grad schon überlegt zu gehen, aber dann machen wir noch eine. Jo. Letzte Runde. Na ja, und dann. Genau. Wenn noch eine muss, dann ist aber Schluss. Jo. Vorher nehm ich noch mal Kit. KitKat. Have a break. Have a KitKat. Oh, nee. An das Gleiche hab ich gedacht, Michel. Have a break. Have a KitKat. Have a break. Have a KitKat. Ah, ah. Tja. Danke, Michel, du bist der Schuld, dass ich's nicht mehr auf den Kopf bekammer. Gerne doch. Ich geh mir schnell was zu trinken. Genau. Mhm. Mhm. So, ich bin Batman. mann bat mann der arschmann oder der batiermann das bier würde ich behalten ach batman verstehe ich bin batman ab ins batman wenn ein bisschen was hier Bais Bananaa 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 Joe Bananaa Joe Oh hier Detektivus Jo Geben wir mal da hin Klingt italienisch Vielleicht gibt's Pizza Pizza Maschka Deine Omi Ähh mein Omi ist tot Passiert Hä Passiert Ekelig Hm Wo geh ich hin Dahin Hoffentlich nicht allzu weit weg Aber mir in der Ja ich will irgendwo land wo ich auch was looten kann Der Zeiss hat das gesagt Ja Heilige Scheiße fliegen hier viele Das wird ein Massaker Gute Band übrigens Massaker Kenne ich nicht Sinister Slaughter ist so ein Album von denen Sehr geil Ok Aus der 90er noch Anfang der 90er Nicht meine Zeit Da war ich noch flüssig Ja hast dich noch im Beutel rumtragen lassen Da ging's mir noch gut Ja genau Da musste ich noch keine Steuern zahlen Richtig Noch keine Sorgen gehabt Naja Naja so viele Steuern Naja so viel Steuern bezahle ich jetzt auch noch nicht Ja die kommt noch Ja das weiß ich Zwei Dinger sind sicher Der Tod und die Steuer Ja Also die Steuern musst du auch nicht zahlen Dann äh Verrägst du hier äh Früh oder später Ja Bevor sie dahinter kommen Wenn's richtig machst Das eine geht nicht ohne das andere Haha Tod und Steuer Und das Bier Tja Fisch Ich mach aus dem Fischstäbchen Fisch A Crossface Schöne Wohnung hier Oh Brutus Auch du mein Sohn Brutus Heil Brutus Nee warte Hafe Brutus Schnippa Schnippa Wo Ich brauch Schnippa Ich hab eine Na 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 Schnipp 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 Schöne Nee hier wird nicht geschnippt Hier wird nur getrunken Ich weiß grad nicht mehr was für ein Spiel das war War das? Achso nee nee das war ja bei Quake damals Wo wir die eigenen Sounds reingemacht haben Da war dann beim beim Sniper war dann der Schnipp Da war dann beim beim Sniper war dann der Schnipp Ja genau diese Aussage als äh Schusston Das war ganz cool Schnipp Und ich bin Jekt Wann musst du mich rausschmeißen du Trottel Ja du warst in meiner Wohnung Trottel Ich geb dir gleich Wohnung Und du warst in meiner Badewanne Hilfe Nehmt euch ein Zimmer Ja das Zimmer ist ja jetzt mit dem Arsch He 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 Okay Wenn ihr drauf steht He 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 Ganze Wohnung vollgeschissen He 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 Das ganze Badezimmer He 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 Ich bin irgendwo in Oktain Jetzt habe ich schon jede Menge Waffen Glaubst du ich hätt mal so ein Scheiss Schildtrank gefunden Kann doch nicht wahr sein Äh Jay hat ein Oh hier Ne doch nicht Ich habe ein Gegner entdeckt Oh Hier sind Hühner aufm Hof Chicken Farm Au 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 Hörst du auf auf mich zu schießen Wer immer du bist und wo immer du bist Ja die Hälfte hast du gestealt Ein Frosch Hü hüpf Der arme Frosch Oh hier sind jede Menge Was hier denn los Was er für Experimente an ihnen durchführt Das wollen wir glaube ich nie wissen Haha Äh das würde ich auch nicht wissen Sonst wüssten wir alle wo der Frosch die Locken hat Wo ist der Sniper? Alter Das Ding ist für den Arsch Oh geiler Da Merk ich was das Ding raus zu kriegen Boah das sind Das sind drei Stück Äh ich geh mal auf die Seite Was ist hier denn los? Gepri Aus dem Michel Ja das ist kein Viersitzer Es sind zwei Sitzer Wenn der nicht so betrunken ist Wenn der nicht so betrunken ist Ähm hallo Alter was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Also man merkt keinen Führerschein Und ich bin Batman Ich bin Batman Ich bin Batman Ich bin Batman Ich steig mal lieber aus Wo angefangen? Jaaa wenn du die den Tank knäfest Und genau jetzt habe ich keinen Sniper Aber ich Habe schon zwei andere Sniper erledigt Und gleich habe ich den dritten im Bunde Hoffe ich doch Ich habe sie abgeworfen Los vorwärts Ah in den Dingens geschossen Jawoll Hoffentlich hat der hier ne Sniper Natürlich hat er keine ne Sniper Jaaa könnten wir Wir haben ja auch nachher genau die Kürze übrig lassen Guck mal hier liegt ein Sniper Schnitter Scharfschützengewehr Jaaa Drei Schuss Nein Scheiß Aber besser als nichts Jo Passt nicht Ok Wo verzeiust denn schon wieder hin Pech Ich versuche mir den Sniper zu organisieren Er haut ab Der Typ Schnauze voll Ich bin jetzt Batman Ich habe Ich habe jetzt die Gegner alleine Ja Ja meiner Ja Deiner Mein hart Das ist die einzige Hoffnung Eine Sniper zu kriegen Oh ich werde angeschossen Ja von mir Dddddddddd Batman Batman Ab ins Batman Ja ich habe ihn ins Bett gelegt Wer auch immer da war Apropos Der Radatum kann man auch aktivieren Raider Oh da kommt was geflogen Ich habe Iron Man Iron Man Cool Oh hier geht was Oh hier geht was Ah eine scheiß Schrottflinte die ich nicht brauche Eine Schrottflinte in dem Fall Ja Ja Auch Schrott So jetzt mal wieder die Kreditkarte durch den Schlitz ziehen Oh Wie du hast Schlitz gesagt Oh Gott Geht weiter Oh Gott hilf Warum muss die letzte Runde immer so scheiße sein Hier Alkohol Äh vielleicht sollst du mal in den Spiegel schauen Ne Oh ich habe über Und da hast du Angst dass du den Spiegel zerbrichst Ne dann kommt der innere Dämon raus Das Problem ist Zeus hat kein Spiegelbild Doch ich habe tatsächlich einen Äh Ich dachte schon ein bisschen Vampir Ich bin Ne ich bin einfach nur im Keller erkennt Ja das war ich auch sehr lange Obwohl wir keinen richtigen Keller Na gut Fritzl hat auch keinen richtigen Keller Das geht schon wenn man will Oh hier Komm hier Ich habe Bock Headshot Habe Julius Trotz grüner Sniper Oh wow wow Der hat mir voll zwischen die Augen geschossen Wo bist du geblitzt oder was? Geschnippert Ich werde geschnippert Schnipp Schnipp Brains Brains Nein Jetzt hat mir noch einer in den Popo geschnippert Ich werde geblitzt Geblitzt dingst Ja dieses scheiß blitzt dingst Mhm Hm Nicht schlecht so ist Ja also die können wir jetzt auch fertig machen Ja Ja Jawoll Ey geil Zeus Der war gut Der war gut Oh 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 Hm? Ja jetzt läuft es aber bei dir So wo ist deine Sniper? Ich bin mal auf der Letze Ich bin mal auf der Letze Ja wenn einfach Ah Der kommt doch kurz ohne mich klar Hehehe So mir sollte man definitiv immer Das Neibbein die Hand drücken Ja ich komme damit auch besser zurecht Oh schau mal Oh geil ja Ja Jetzt kann die Party abgehen Ich nehme erstmal eine Stulle mit Matt Nee How I met your mother Wie ich deine Mutter getroffen habe Hm mit der Sniper Ja das auch Hehehe Und mit anderen Dingen die wir jetzt nicht sagen Mhm Hauptsache die Kugel war drin Schauen um hier Wiederbelebend zu werden Hehehe Deswegen Ja Oh schau mal Guck an Na der Um Der Umhang ist aber ganz schön zerfleddert Ja ich mag den Teil nicht so Hm Ich hab's ja schon Ich bin schon bald Ja ich bin Schneider Hehehe Was ist denn mit Hella Du bist jetzt wieder am Leben Hella von Sinn Welches sind Sinne Hella von Sinn Kennst du nicht? Ich kenn nur Hella Wasser Oh Hell yeah Ja die Hölle ist auf Erden Hm Ne Die Hell ist Hell ist in Helsinki Mein äh Mein äh Chronisch Hauken Tinnitus ist äh Die Hölle Ja warte komm mal her Warte Warte Alle beide mal herkommen Ich bin bei dir Also ich geh die Turm gerade hoch Ja Maeve hin noch Ja komm runter Jetzt gibt's erstmal Schild für euch beide Oh ich hab'n Schildpilz Also hopp Ja komm runter Ist das ansteckend Ja I'm coming Ja So bist'n jetzt Alles komm ich extra Mann Kann hier nicht einfach zusammen bleiben Ja komm spritz uns voll Ich sorg Ja wir müssen erstmal hier versorgen Jawoll Mitten ins Gesicht Komm Gib mir alles Äh Passauter kannst du schon nicht reden Schildwart Nee das sind nur deine Gedanken Oh da schießt immer noch nichts und ich hab noch keine Waffe äh Da Da liegt was Ja wenn ich die sehen würde dann würde ich helfen Oh alles gut Ist egal Nix Ja keine Ahnung Hm Wir müssen erstmal in die Zone Nö Nö Sonst haben wir ein Problem Und zwar schnell in die Zone Hm Hier ist mein Fehlwerb auch Noch ein kleines Wäffchen Ah hier haben alle nur drei Schuss Ah hier das Munition Und noch eine Waffe El municione Genau Viva la revolutione Und wie nennt man einen spanischen Elektriker? Lkw Ja die da vorne haben gerade einen Stellungskrieg gefühlt Hier sind noch ein paar Waffen Äh Stellung wie darf man das verstehen? Klingt schon irgendwie geil Au 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 Ah Nein Einer da Verdammt Da gehts raus Noch einer da Haa Ha Geschafft Noch einer da sicher Nähe Nein No Einer Eigeniniert geht es ja die waffe verdammt für die waffe los bedient euch in die nase geschossen in die nase ich ins ohr das hat er glaube ich gehört er sollte vielleicht mal meine waffen nach waren könnte helfen muss aber nicht richtig und jetzt müssen wir jetzt müssen wir nach oben ich komme nicht hoch jetzt hier sniper hier michael noch was für dich das schaffe ich nicht dass wir zu weit ich bin schon auf allen vieren ja die gegner sind bei mir es ist leider sie kann dich nicht hören wir haben uns gegenseitig genockt hilfe schnell fängt an mich zu beleben und haut dann wieder ab das war sie konnte ja nicht ich habe leider kein mitgeführt gefunden ich hatte doch in zeus aber war da ich bin ja dran was machst du denn sterben ja ich hatte die nicht gesehen wie kann man den denn übersehen solltest du mal schnell wenn man alt ist schnell er heilt schnell rennt schnell bevor er den anderen hoch holt jawohl epischer sieg ja ich weiß aber auch nicht was du da gemacht hast ja was war das ja sag doch direkt arischloch ich habe es jedoch mehrfach gesagt ich glaube du brauchst mal ein hörgerät das ist eine lüge das ist keine lüge das ist die wahrheit das ist keine lüge das ist ein trinken ist ja ich heiße auch bis der propagandamachine da ist auch hat da jemand ein ausrufezeichen wo äh slider hat ein ausrufezeichen keine ahnung wieso ok ja aber gut dann würde ich mich ausklinken jo ich auch ich muss morgen raus ich nicht aber ich klinke mich trotzdem aus dreieinhalb Stunden streamen ausrufezeichen gute Nacht ja gute Nacht Zeus hau rein und Dijau 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 ja ich sage euch schon mal bye bye und spring mal in den Rest so verlassen so liebe Leute ich hoffe es hat euch Spaß gemacht war ein cooler Abend auch wenn es mit Marvel nicht funktioniert hat aber ja war spaßig dann ja sehen wir uns morgen wieder wünsche euch eine gute Nacht süße Träume und bis dann bye bye